«Diversity» eigentlich per Begriff ist die Vielfalt von Menschen und was daraus kann entstehen an Potenzial in der Zusammenarbeit, wenn wir es wieder aufs Wirtschaftliche nehmen. Entscheidend ist aber für mich eben nicht «diversity», das kann man auch als Passwort eigentlich bezeichnen, sondern die gelebte Inklusion. Was heisst das? Nämlich keine Barriere und niemand ausgrenzt. Das in der Natschelle ist das, was eigentlich damit gemeint ist. Es ist halt leider immer noch so, dass ein Haufen Menschen, weil sie anders sind, ausgrenzt sind. Oder diskriminiert werden. Und solange das ist, muss man das Thema hochhalten. Das fängt an bei Menschen, die Homophobie spüren, schwule Menschen, die Gewalt erfahren, mitsch auf der Strasse. Oder Menschen aus anderen Ethnien, die ausgrenzt werden, nicht integriert werden. Frauen in Topmanagement könnte man jetzt da auch nennen, wo es einfach noch zu wenig gibt. Das sind so Themen, warum das immer noch aktuell ist. Am Schluss des Tages bin ich überzeugt, dass, wenn ich als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter mich wohlfühle an meinem Arbeitsplatz, eben ohne Einschränkung, ich kann ich sein, so wie ich bin, mit all meinen positiven, aber hoffentlich auch negativen Seiten, dann werde ich doch eine Top-Leistung abbringen. Jeden Tag, weil das macht mir Spass. Da bin ich energetisch aufgeladen. Und was heisst das dann auf die Wirtschaft überträgt? Wir werden sicher bessere Gewinne erwirtschaften, bessere Kundenerlebnisse kreieren, weil ich bin motiviert, jeden Tag zu arbeiten.